Auf der 57. Eugen-Russ-Ausfahrt zum ersten Mal in seiner Mission hier der neue Militärkommandant von Vorarlberg, Brigadier Ernst Konzet. Herr Brigadier, ich denke eine große Aufgabe für Sie, eine Herzensaufgabe heute hier mit dabei zu sein. Ja, das Motto des Bundesheeres Schutz und Hilfe kann hier auch gelebt werden. Hilfe vor allem in Situationen, wo sich eben Menschen selber nicht mehr helfen können. Und den Eugen-Russ-Ausfahrt erlebe ich als wirklich tolle Veranstaltung. Und wenn wir etwas dazu beitragen können, freut es mich auch ganz besonders. Wir hören gerade den Applaus im Hintergrund ganz persönlich jetzt noch, weg von Ihrer Funktion als Mensch hier ans Konzet. Wie empfinden Sie es, viele betagte Menschen, die wirklich einmal im Jahr nur die Möglichkeit haben, miteinander zu feiern, glücklich und fröhlich zu sein? Ja, ich erlebe hier eine tolle Stimmung und die Menschen gehen wunderbar miteinander um. Und ja, das reißt einem selber auch mit. Dankeschön. Ernst, danke. Super.